Ihr lieben Leute, wir sitzen leider nicht heute in der Zentralstation, sondern wie ihr sehen könnt, alle zu Hause, da leider aufgrund von Corona unser Konzert abgesagt wurde. Wir sind darüber sehr traurig, aber wir haben eine gute Nachricht. Denn wir kommen nächstes Jahr wieder nach Darmstadt und zwar am 16.05.2021, also nicht mal mehr ganz ein Jahr. Deswegen tragt euch das Dick im Kalender ein und dann sehen wir uns nächstes Jahr in Darmstadt. Bis dann. Tschau. Tschüss.